Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde COD4. Wir spielen mit der AK-74U und Rotpunkt-Visier, ein Wunsch diesmal von L. Müller. Ich weiß, die hatten wir schon mal, aber egal. Gibts zu, ihr wollt nur alle erwähnt werden. Und wie man sieht, die Waffe kann sogar was. Selbst auf meiner Hass-Map Nummer 1. Holy shit. 7 zu 1 ist doch für den Anfang nicht schlecht. Vielleicht können wir sogar daraus was machen. Wahrscheinlich werde ich aber auch einfach nur sterben jetzt. Ja, keine Ahnung, ich kann es jetzt gerade nicht so richtig erklären. Also normalerweise nicht so meine Map. Also ich mag sie nicht. Vor allem dem ist man hier ziemlich gut aufgeresentiert. Egal wo man hinrennt. I am Double Clear. Ich glaube für mich gerade auch ein bisschen. Also ich bin ein bisschen sprachlos, dass ich wirklich jetzt so guten Start hatte in die Map. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal. Zack. Luftangriff auf meine Posi. Scheiß drauf. Brenn durch. Ja, eine meiner Hass-Maps eigentlich ist ein COD-4. Also ich habe sie damals echt gerne gespielt an sich. Aber komm, bleib mal da. Ich habe schon wieder den Helikopter in Bereitschaft. Das ist nice. Also es läuft gerade. Danke, schieß ihn hier auf mich. Zack. Zack. Oh fuck. Und dann gehe ich fern. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht wirklich viel gerade dazu sagen. Ich bin gerade ein bisschen perplex hier. Um das mal ganz nett auszudrücken. Ah, da schießt einer. Komm her. Dich hole ich mir, Ghost. Ja, wie gesagt, ein bisschen perplex gerade von diesem grandiosen Start, darf ich sogar sagen, Hoppik. Also ich hoffe, es ist mir keiner böse, wenn ich grandiosen Start sage. Ich will das Messer, ich kann das Messer. Zack. Zack. Das ist gerade echt awesome. Nein. Wo schieße ich denn hin? Das war übel. Luftschlag nicht verfügbar. Ja, stimmt. Da ist meiner gerade noch in der Luft. Hier, habt nochmal einen. Ich weiß nicht. Was hat mich gerade angeschossen? Oh fuck. Dankeschön. Ja gut, wie soll ich sagen. Ich lege mich jetzt einfach hier hin und warte, was passiert. Passiert im Rest der Runde ab. Nein, natürlich nicht. Wir spielen eiskalt weiter und hoffen, dass wir noch ein bisschen was reißen. Auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Zack, zack. Keiner bleibt am Leben hier vom Gegner-Team. Zack. Andere Richtung. Da erwarten sie mich jetzt nicht. Hoffe ich. Direkt vor mir kommt einer rausgeholt. Aus dem Gras. Wen habe ich denn erschossen? Nein, nein, nicht blenden. Ach, ich habe nur einen Smoke dabei. Da habe ich mir selbst mehr Angst gemacht. Ja, 55 zu 6. Gerade, es tut mir gerade echt ein bisschen leid für die Gegner. Also ich weiß ja auch nicht. Gut, wie man sieht, es legt sich jetzt, glaube ich. Ich glaube, das lustige Leben ist vorbei. Als Rusher mit der AK-74u. Jetzt kommen die Camper raus. Wer hat mir die nochmal gemünscht? L. Müller, danke schön. Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, muss ich sogar sagen. Das ist echt, wow. Verdammt funny. Ach, verdammt. Jetzt, jetzt lasse ich nach. Sind wir Russen? Nee, wir sind S.A.S. Hilfe. Schießleiß mit drauf, wenn ihr solltet sein. Lasst mich nur mal kurz eine Pose suchen. Stupid Hexer. Spiel kein Hexer. Hup. Hup. Gut nachladen. Mann. Oh wow. Ehrlich? Ehrlich, ehrlich? Hallo. Also ist hier noch wer? Du da hinter der Wand. Arschloch. Den da wollte ich. Verbilder der Luftangriff unter Weg. Aufsiehen. Ziel neutralisiert. Okay, wir haben jetzt eine kleine doofe Situation, dass die Spawns gerade echt scheiße sind. Ziel verbilder der Luftangriff unter Weg. Ha, aber trotzdem. Verbündet man? Ich hätte eine Drohne benutze ich. What the fuck? Ich habe ein ganzes Magazin für den Kerl gebraucht. Was hat denn... Ach, eine Granate. Er hat eine Granate geschmissen. Ich habe es nicht mitgekriegt. 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 Bis wieviel Punkte geht das eigentlich? Oder hat es hier unlimited Punkte bis die Runde? Ja, jetzt hört mal auf mit dem Spawn-Gekampe, man! Alter, ich kann nicht mal aus dem Spawn rausrennen. The fuck. Ich war wenigstens in einer Pose, wo ich nicht einfach nur schießen musste. Ich smoke euch jetzt zu, ihr Pisser. Hast du mich nicht von sehen. Jungs, ihr seid immer wieder köstlich, wenn ihr sowas macht. Was hat die? Äh, Heli. Nicht verwunderlich in der Position, in der ich gerade stehe. Da ich gerade erster bin, der Heli macht so ein bisschen Jagd immer auf den Erstplatzierten des Gegners jeweiligen. Und jetzt haben wir so einen beschissenen Spawn da in dem Haus. Ich weiß auch nicht warum das jetzt so bedauerlicherweise so dumm gerade mit dem Spawn ist. Ziel neutralisiert! Aber das kann man ja keinem antun, meine Fresse. Von wo? Von unten der Tür an. Ich zöpfe das Leben. Denk niemals zuerst sicher, Kollege. Das leckt gerade so ein bisschen. Irgendeiner rennt wie ein Idiot da rein. Scheißdreck. Naja, schluckt meine Drohne. Ich meine, meinen Einfangen können sie mir nicht mehr nehmen. Der war spektakulär, den kriegt keiner hin. Und nach ein bisschen Regrouping. Repositioning. Wie feindlicher Heli. Holt den Heli runter, Jungs, ich sag's euch. Fuck, da kann ich nicht stehen bleiben. Der darf ich? Arrrr. Ja, komm, jetzt fängt das wieder an, dass ich im Haus spawn irgendwo am Arsch der Welt. Und das unter Dauerfeuer. Oh ja. Oh ja. Wir haben die Führung verloren. Ernsthaft? Ich hab 81 zu 31. Wie können wir die Führung verlieren? Verdammt. Das muss ich... Alter, ist der Heli immer noch rum? Oh, meiner. Aber trotzdem, unbegreiflich wie wir eine Führung verloren können, wenn wir sowas haben. Also... Ein bisschen hart, meines Erachtens. Ich hätte theoretisch eigentlich eine andere Waffenwahl für die Map genommen. Also... Ich bin auf der... Ja, was hat mich denn jetzt? Ich bin auf der Map mehr Fan von... ...dem guten alten klassischen Sturmgewehr oder dem Sniper. Ich bin auf der Weg. Ich bin auf der Weg. Ich bin auf der Weg. Ich habe meinen Rotpunkt auf seinem Kopf gehabt. Ihr habt nen Videobeweis. Naja... Ich laufe ganz gechillt hier durch, um dann den Loobfehler schlechthin zu machen, am Fenster stehen zu zeigen. Betötet von. Ging meine Granate gerade hin. Man kommt schon wieder nicht aus dem Spawn raus hier. Da wollte ein Gegner in meine Fußstapfen treten. Fuck. Ein Heli. Ernsthaft? Naja, die Zeit wird knapp. Es war trotzdem eine geile Runde. Der Schluss war ein bisschen scheiße, aber wir sind sogar am Gewinn. Ey, wir haben die Führung doch noch. Also was für Mann her. Wir sind sogar noch am Gewinn. Sieg! Es ist jetzt hart, wenn man GG schreibt. Nein, das ist nicht gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!